Dollar. Dollar ist eine Währungseinheit in den Vereinigten Staaten. Es gibt aber auch den kanadischen Dollar und es gibt den Dollar in anderen Staaten. Dollar kommt vom deutschen Wort Thaler. Aus dem deutschen Wort Thaler ist niederländisch Thaler geworden und daraus ist dann das englische Wort Dollar entstanden, das dann im amerikanischen verwendet wird. Der amerikanische Dollar, insbesondere der Ein-Dollarschein, hat eine esoterische Bedeutung. Dort findet man die Pyramide als Grundlage der Verbindung des Irdischen mit dem Göttlichen. Man findet das Auge des Göttlichen, manchmal gedeutet als der Heilige Geist, manchmal gedeutet als das dritte Auge. Und man findet noch viele andere Symbole im Dollarschein.